so und die kiste läuft einen wunderschönen guten tag auch von mir einen wunderschönen guten tag so es ist endlich soweit ganz genau aufgepasst es ist soweit lange 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 war es angekündigt und jetzt georg ist es soweit man sieht schon im hintergrund wir haben endlich aus der großen fernen weiten welt unsere wunderschönen neuen gummistiefel erhalten kai und jetzt hat doch mal ne pascal ist so ne so und jetzt zeigt mal was für wunderschöne modelle wir haben jetzt ist dein auftritt an los super schöne modelle zehn modelle sind es beziehungsweise zwei modelle in unterschiedlichen farben sind es hier sind die hohen gummistiefel sind jetzt ein zwei drei vier fünf sechs verschiedene motive sind da drauf alle gehen ich finde mit der kuh ganz von 42 wichtig ist unterbrecher immer da 42 bis 45 damen gummistiefel von 42 bis 45 super fashion motiver die sie gewählt haben genau wir haben ja eine coole umfrage gemacht welche modell sollen es sein kurze antwort alle sollen es sein und alle sind jetzt auch geworden und alle sind jetzt auch hier wenn das keine viralität ist dann weiß ich es auch nicht ganz genau so kuh modelle finde ich besonders sehr schön was glaubst du was wir besonders gut ankommen ich glaube die blumen werden ganz besonders die blumen wobei auf der anderen seite man darf es auch nicht man darf es nicht vergessen die punkte hier hinten die grauen die roten die blauen und die grünen die waren auch alle waren auch alle sehr sehr gefragt also von daher ist es eigentlich schwierig zu sagen was jetzt der absolute renner wir werden es sehen so und in dem sinne alle modelle gibt sind die eigentlich jetzt auch online oder machen wir jetzt schon quatscherei jetzt hier vor dem herrn die haben auch schon preis schilder haben auch schon preis schilder dann dran was kosten die eigentlich 49 sehe ich gerade kommt vergeser guck mal das ist die anja die anja modell anja kostet anja ist billig zu haben nein nein 49 99 kosten die durch die bank weg was richtig cool ist das müssen wir einmal noch immer ein so ein otto eben einmal her nein doch nicht das preis schild so ein schuh natürlich ein 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 alles muss das eine was richtig cool ist also es lässt sich ja nicht leugnen dass das unsere produktion ist da steht schub plus drauf finde ich ziemlich geil wenn man ehrlich sagt richtig coole sache ja das habe ich noch gar nicht das habe ich hier nach wo denn oder tatsächlich ziemlich cool unsere erste eigenproduktion ein traum mega stolz mega stolz brust raus so in dem sinne jetzt viel spaß beim gucken und beim entdecken passenderweise ist jahreszeit auch noch richtig schön usselig dafür genau wir wünschen allen einen schönen tag und sagen bis bald ciao